Willkommen zurück liebe Freunde hier bei Land of the Vikings Demo zum dritten Part an dieser Stelle. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben. Ein kleines bisschen habe ich noch weiter gespielt um die eine Mission hier noch abzuschließen mit den Dorfbewohnern und um das ganze hier für euch natürlich noch ein bisschen zu testen. Ich hoffe der Sound dieses Mal ist wesentlich angenehmer als beim letzten Mal. Ich habe einiges verändert, habe noch mal ein bisschen mit den Lautstärken herumgespielt und nun sollte das ganze auch ein bisschen angenehmer sein. Ja aktuell haben wir weiterhin noch das Ziel die Dorfbewohner heilen. Hier wir sollen eine Kräuterhütte bauen. Ich habe hier schon begonnen und auch wir sollen auch für den Winter vorsorgen. Wir sehen hier oben wir sind hier im Herbst und der Winter naht und wir sollen eine Jägerhütte bauen und einen Fischer. Na wo ist es denn jetzt hier? Eben ging es doch. Ja auf jeden Fall ist ja angewählt Blitze. Ja dauert es noch ein bisschen mit dem ganzen und ja ich habe hier schon mal ein bisschen auf schnell gestellt, dass wir hier auch ein bisschen vorankommen. Und ja wartet mal jetzt müssen wir mal schnell gucken hier. Einen Holzschuppen errichten für drei Tage und ja eine Holzschuppen. Das bestimmt Lagerung. Ne Nahrungsmittel. Herstellung. Holzschuppen. Feuerholz. Okay also ich würde sagen wir versuchen mal das ganze Industriegebungs hier vielleicht auf linken Seite zu lassen, dass wir hier zur rechten Seite dann vielleicht unsere ja ich sag mal Bewohner unterbringen als Dorf oder so in der Richtung. Auf jeden Fall dachte ich mir das. Hier ist unsere Holzhütte. Das heißt wir stellen den Kollegen hier hinten hin. Mal gucken wir mal und priorisieren den natürlich gleich mal. Ich würde hier gerne mal noch zwei Arbeiter zuweisen, dass es hier mal ein bisschen fixer geht. Belohnung. Oh da gibt es Ruf hier. Okay wir kriegen auch Belohnungen für das Ganze. So dann gucken wir mal hier in den Baum des Lebens sozusagen rein. Was haben wir hier? Halbbarkeit der Feldfrüchte wird erhöht. Okay. Und hier Feldfrüchte wachsen fünf Prozent schneller. Ja jetzt weiß ich nicht was besser ist. Ihr könnt es ja gerne mal drunter schreiben. Ob ihr damit Erfahrung schon habt in dem Game. Ob ihr euch das ganze schon geholt habt. Hier auf Steam auch. Und ja wenn ihr irgendwelche Anregungen habt für mich was ich besser machen kann. Ich meine wir spielen ja bloß die Demo aktuell. Dann schreibt es mir trotzdem gerne mal unten die Kommentare. Ich bin da für jeden Vorschlag natürlich offen und bereit mir das ganze mal anzuschauen. Okay das sieht hier gut aus. Mit vier Bauarbeitern sind wir glaube ich wesentlich besser dran. Da kommen wir auf jeden Fall besser vorwärts. So. Das sind wir hier noch. Hier haben wir noch ein paar Steine. Aktuell haben wir auch noch nichts anderes. Also man guckt mal. Man kennt hier so direkt sagen das sind so hier so Wege wo wir bauen aktuell. Man hat hier so richtig kleine Plateaus. Also was das angeht sieht schön mega nice aus. Achso. Achso hier hinten neben der. Ah herrlich. Ich liebe das. Das ist echt super. Aber warum denn unsere Fischer hier nicht? Ja weiß ich auch nicht. Mal gucken. Mal gucken. So wie sieht es hier aus? Ist gleich fertig. Hier haben wir schon unser Bauholz da. Steine sind auch schon da. Ein Teil. Ziel. Und zack. Und los geht's. Eine Mission abgeschlossen. Ziel abgeschlossen. Genau. Sehr schön. Rohstoffverwaltung. Ein Lagerhaus errichten. Lagerarbeiter zuweisen. Das Lagerhaus durch Dekorationen erweitern. Ja ich weiß nicht. Was sagt da ein Zentrallager hier so hin? Oder eher ein bisschen am Rand? Ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Ähm. Wo wir das Ganze hier platzieren. Also ein Lagerhaus errichten. Wie groß ist das? Eher klein. Könnte man direkt hier so hinsetzen. Aber ich glaube. Wir setzen das hier oben direkt neben dem. So rum. Ja genau so. Dass wir hier so direkt neben dem Marktplatz ein Lagerhaus errichten. Und dass wir dazwischen doch so einen kleinen Durchgang haben. Aber vielleicht sollten wir erstmal hier das Ganze abwarten. Oh wow. Das sieht aber schlecht aus hier. Dass wir hier vorankommen. Da hinten passiert noch gar nichts. Dass wir vielleicht wirklich erstmal die angefangenen Baustellen hier abarbeiten können. Nein. Wenn wir das hier nicht schaffen. Ja. Dann ist das so. Was bringt uns das? Wenn die Kraft da ist drauf. Ah ja. Okay. Also ein bisschen Ruhm sozusagen. Ah. Kriegen wir. Aber ich muss immer wieder sagen. Also das Spiel ist mega cool gemacht. Man braucht seine Zeit. Ja. Es ist ein Aufbaustrategiespiel. Okay. Okay. Ähm. Vielleicht schaffe ich es. Also. Ich hoffe ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder rein. Wir werden sicherlich noch eine weitere Folge machen. Und dann werde ich hier das Ganze. Ähm. Schon mal noch ein bisschen weiter spielen. Dass ihr auch seht. Wie das denn im Verlauf weiter geht. Also. Ich meine. Am Anfang ist ja alles immer relativ gleich. Bau. Holz. Steine. Und so. Alles drum und dran ab. Und wir gucken mal. Wie das hier weiter gehen wird. Das ganze Spiel. Ist echt sehr interessant mal zu sehen. Ob das ein anderer Ansatzpunkt ist. Oder ob wir hier. Ja. Ich sag mal wieder. In dem gleichen Rhythmus von allen solch Spielen reinfallen. Also. Das werden wir testen. Und ich hoffe ihr seid natürlich dabei. Dass wir das dann gemeinsam hier machen können. So. Wie sieht es denn aus? Wir haben hier noch 100 Steine. 100 Steine hier. 100 Steine da. 100 Steine da. Holz. Naja. Holz ist nicht ganz so prall. Also sollten wir uns auf jeden Fall wieder mal ans Abbauen von Holz machen. Äh. Wir gehen mal hier hinten hin. Wir holen uns mal hier hinten ein bisschen Holz weg. Hier die Reihe Bäume. Hier würde ich so ein bisschen vorm Schutz stehen lassen. Ja. Soviel als Dorfschutz. Ähm. Wenn man hier nämlich so von so kommt. Dann haben wir hier sonst zu offen. Und wir sehen unser Dorf zu zeitig. So vom Feind her gesehen. Wenn man jetzt so mal ein bisschen taktisch drüber nachdenkt. So. Ähm. Was hat er? Obdachlos. Das heißt wir brauchen auch noch ein Haus. Okay. Dann setzen wir auf jeden Fall ein weiteres Haus hin. Ähm. Wir hatten ja gesagt unsere Häuser. Wollen wir hier auf die Seite platzieren. Ähm. Kriegen wir das hier noch dazwischen oder gehen wir schon hier rüber? Ach. Das sieht doch hier noch so ganz nice aus. So. Einmal frei. Zwei Obdachlose. Ja. Das sieht gut aus. Frag mich mal die hier weitermachen. Aber wahrscheinlich. Nicht. Oh. Das sieht. Ah. Top. Top. Unser Holzschuppen äh. Ist auch fertig. Das sei also bald fertig. Oder so gut wie fertig. Und dann kriegen wir unseren. Unseren Ruhm hier. Unseren Ruhm hier oben. Für. Äh. Ruhm. Genau. Vorbereitung für den Winter. Okay. Müssen wir hier irgendwas. Holzschuppen. Okay. Brauchen wir erstmal nichts machen. Nö. Ah ja. Okay. Ja. Aber das zum Holzschuppen. Nun gut. Jetzt lassen wir erstmal den Rest noch fertig bauen. Und. Dann. 32 Schnittholz. Haben wir noch so viel? Ne. So viel Schnittholz haben wir gar nicht mehr. Hier fehlt uns nämlich auch schon wieder noch einer. Machen wir mal da noch einen zweiten dazu. Ah. Kranke. Die werden jetzt geheilt. Sehr schön. Ach. Ist das. Ist das mega cool. Swipe mal hier mal ein bisschen durch unseren Dorf. So ein bisschen. Ach. Sieht schon cool aus hier mit der Heilerhütte. Ja. Jetzt könnten wieder hier ein paar Bäume noch ringsherum stehen. Aber nun gut. Aktive Arbeiter 2. Und der macht jetzt hier Feuerholz und dementsprechend. Ah ja. Okay. Verstehe. 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 Okay. Ja. Ja. Okay. Cool. Sehr nice. Sehr nice. Habt man hier auch irgendwann mal wieder noch einen Förster bekommt. Marktplatz. Okay. Marktplatz. mehr. Okay. Deko. Na mal sehen. Ah boah. Schauen wir mal ab. Mal das Ganze hier voran bekommen. Und der Wind da naht. Ah ja. Ah ja. Ich habe keinen Jäger fertig und ich habe keinen. Ah. Das ist schlecht. Was haben wir jetzt hier prächtig Leben führen. Ja. Mehr Dekorationen und Straßen. Okay. Wir wollen Straßen. Gut. Dann bauen wir mal Straßen. Mal sehen, ob das uns was bringt hier mit den Straßen. Ich frage mich, was es bringen soll. Oder ob das überhaupt was bringt mit den Straßen. Vielleicht, dass sie schneller laufen. Ich weiß es nicht. So. Das sieht auf jeden Fall schon mal. Auf jeden Fall laufen die schneller. Tatsächlich. Ja. Sehr nice. So. Dekorationen. Was bauen wir denn hier? Was haben wir denn hier in der Pfeiler-Fackel? Ah. Bisschen Dekor. Was ist das? Fünf Silber. Da müssen wir aufpassen hier. So. Ah. Jetzt sieht das cool aus. Ja, ja. Auf jeden Fall, Freunde. Oh, ja. Doch. Das gefällt mir. Ja, das ist richtig. Richtig nice. Ah, hier war dazwischen mal noch ein. So. Ich glaube, das sieht gut aus. Ein harter Winter steht bevor. Ernte die Felder ab, stelle warme Kleidung her und halte bis zum Sommer durch. So. Da bin ich ja mal gespannt jetzt. 25 Dekorationen aufstellen. Wie viel haben wir denn? Äh. Das ist eine gute Frage. Wartet mal, ob man das irgendwo sieht. Sieben fest. Weihach. Da sind drei Fässer weinen. Wir stellen hier mal weinen hin. Ein bisschen drehen. Jawohl. Ein bisschen schick bauen hier. Da stellen wir noch welche hin. Äh. Ein Eimer. Ein Eimerchen hier vor den Häusern so. Sozusagen als Mülleimer. Im leeren Kern. Das ist ja cool, dass man das hier so. Ah ja. Den stellen wir hier so daneben, als wenn der gerade abgeladen hat. Ja, nice. Das Tor. Wie groß ist das Tor? Oh ja. Ah. Das wäre mal, wartet mal. Das wäre mal hier so eine Art als Eingangstor hinstellen. Ist egal, warum. Ja, ich glaube schon. So. Da ist das Dorf. Der Eingang des Dorfes. So. Besser gesagt. Ah. Lässt es doch irgendwo. Hier ein bisschen. Oh. Es wurde ein Grab voller Silber gefunden. Das Grab unberührt lassen und den Bau abbrechen. Wir werden das Grab unberührt lassen und den Bau fortsetzen. Das Silber aus dem Grab entnehmen und dem Bau fortsetzen. Wir nehmen das Silber natürlich. Hallo. Ich verstehe euch nicht. Hahaha. So. Was sind denn hier prächtige Dekorationen? Das hier auch? Wartet mal. Wir werden das mal richtig schön. Ähm. So. Hier ein bisschen. Ja, aber ja. Oh nice. Hm. Sehr cool. Sehr cool. Sehr cool. Was ist denn hier noch so schön? Ach so. Ich glaube, wenn hier noch so schön ist. Vergrößert den Stauraum einiger Gebäude. Vielleicht sieht man da vorwärm. Das sind wohlhabende Dekorationen. Sind die das vielleicht? Warte mal. Zählen die jetzt Prachtdeko? Ich weiß die nicht. Oh. Die ersten Schneeflocken. Unser Jäger ist fertig. Muss natürlich noch jemand machen. Das Ganze. Der wird Jäger. Und die wird Jägerin. Und dann haben wir auf jeden Fall für den Winter Fleisch. Was richtig nice ist. Denn das Fleisch wird ja hier verkauft. Bären haben wir noch ein bisschen. Und wie sieht es hier aus? Oh. Sehr, sehr schön. Ja. Es geht voran. Es geht voran, Freunde. Dauert natürlich hier. Also wenn ich das sehe. Die Fischerhütte. Was die an Material schluckt. Das ist echt die wahre Pracht. Aber gut. Das muss natürlich. Ja. Und guckt euch das an. Herrlich. Sehr nice. Guck mal. Guck mal. Aber hier ein schönes Bild mal so. Von unserem Dorf. Ach guck doch mal. Ist das prima. Das sieht doch mega aus, oder? Freunde. Wenn es euch gefallen hat. Lasst mir gerne ein Däumchen, ein Abo oder einen wohlwollenden Kommentar da. Ansonsten hoffe ich natürlich, ihr schaut das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Land of the Vikings Demo hier bei mir im Kanal. Vielen Dank und bis dahin. Auf Wiedersehen. Hier noch erschwerend hinzu. Wir haben jetzt ein Dilemma. Live wurde auf dem Dorfplatz verprügelt. Weil er anders ist als die anderen Dorfbewohner. Aber in seiner Familie ist einmal Sammler, Markthändler oder Jäger. Wen wollen wir jetzt bestrafen? Die Händler, also die Leute, die die verprügelt haben. Oder den Live, weil er anders ist. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dementsprechend werden wir handeln. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss.